Die Mächte der Unterwelt Nie und nimmer! Warum sollte ich dir vertrauen? Ich weiß genug, um die Kristalle wieder einzusetzen und Gotthos zu retten. Das ist alles, was im Moment zählt. Woher willst du wissen, dass dein Plan auf Kiel wird? Ich habe nicht nur Thadis in meiner Gewalt, nein. Ich habe schon immer die Fäden der Macht auf Gotthos in meinen Händen gehalten. Ich weiß, der den Rat der Weisen täuschte, der den Drachenfürst aus sein Gefecht setzte, die Uhr der Ewigkeit manipulierte. Und wie kannst du wissen, ob ich nicht auch den Schildgenerator manipuliert habe? Ohne mich wirst du diese Maschine nie beherrschen können. Dass ich nicht lache! Du hast weder Thadis in deiner Gewalt, noch bin ich in irgendeiner Form auf dich angewiesen. Ich habe bewiesen, dass ich das Wissen, die Magie und die Macht der Old Ones in mir trage. Denn ich bin der Techno-Mage und nichts wird mich davon abhalten, die Rückkehr der Ewigkeit zu vollenden, indem ich jetzt die Kristalle wieder ihrer Bestimmung zuführe. Das ist der letzte Moment, Dagomar, da du um Gnade bitten kannst. Nun, du dickköpfiger, spitzohriger Pseudo-Held, dann nehmen wir halt den harten Weg. Her mit den Kristallen, oder du wirst meinen Zorn am eigenen Leib erfahren! Niemals! Komm her und kämpfe, Verräter! Los! Untertitelung! WDR mediagroup GmbH 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.